So, und gleich kommt der Livestream in den Raum. Jetzt kommt der Livestream in den Raum gelaufen. Hallo, Tobias. Schön, dich zu sehen. Wir sind immer noch nicht live. Ich glaube, das geht heute nicht. Das heißt, dann zeichnen wir einfach nur auf. Dann machen wir eine lokale Aufnahme, genau. Richtig, so. Also das heißt, wir kommen jetzt noch mal so reingeschwebt in den Raum. Moment. Hallo, Michael. Was ist denn das jetzt hier? Du musst sagen, hallo, Tobias. Hallo, Tobias. Nochmal? Nochmal. Also, okay. Also, wir kommen jetzt noch mal. Also, ich finde, jetzt müssen wir erst noch mal so ein... Tagesthemen. Hallo, Michael. Hallo, Tobias. Schön, dich zu sehen. Ja, schön. Freut mich auch, dich zu sehen. Hier mal wieder im Gedanken flimmern. Diesmal, wir können gar nicht Livestream, weil Facebook kaputt ist. Facebook ist kaputt. Das ganze Internet ist kaputt. Ich hatte heute Morgen schon eine Videokonferenz. Da kam auch jemand dazu, der eigentlich gar nicht dazukommen sollte. Oh, okay. Ich habe es eher so, dass Leute nicht dazukommen, die es eigentlich vorhatten. Ja, das ist meistens so, aber heute hatte ich das umgekehrt. Ja, wie ging das denn? Ja, den Raum nicht abgeschlossen. Oh, okay. Raum nicht abgeschlossen und dann kam jemand rein. Ja, lese ich in letzter Zeit ja auch recht häufig. Ich bin ja in verschiedenen Facebook-Gruppen von Menschen drin, die sich auch mit Live- und Digitalformaten beschäftigen. Und da wird dann immer davon gesprochen, dass der Raum gehackt wurde, weil jemand auf den Link geklickt hat und reingekommen ist und man einfach keinen Warteraum installiert hatte oder den Raum nicht gesperrt hat. Genau. Oder weil die Person, die den Host in einer Sitzung macht, wenn jemand in den Warteraum ist, einfach mal reinlässt. Ja. Auch das soll schon vorgekommen sein. Und dann wundert man sich, dass jemand da drin ist, der eigentlich gar nicht drin sein sollte. Ja, das passiert ja im Analogen ja Gott sei Dank nie. Dass, wenn man irgendwie in einem großen Sitzungsraum ist, dann plötzlich jemand in den Raum reinkommt, der sich einfach nur geirrt hat und da gar nicht dazugehört. Das ist der große Unterschied zwischen dem digitalen Sozialraum und dem physischen Sozialraum. Oh verdammt. Grandmaster auch überleitung. Das ist nämlich mein Thema heute, weil ich mir schon Gedanken darüber mache, was das eigentlich mit dem Sozialraum Internet zu tun hat. Also wir erleben ja immer wieder, ob das jetzt in der sozialen Arbeit ist, alle Personengruppen, die eigentlich lokal arbeiten mit Bevölkerung, die kriegen immer den Auftrag, den Sozialraum zu erkunden. Ja, erkundet mal den Sozialraum. Guckt mal, was da für Menschen leben. Guckt mal, was für ein Gebiet es ist. Ja, dann gibt es die Gebiete, für die es aus dem EU-Paket besondere Programme gibt. Aber alles ist immer auf den physischen Raum beschränkt. Ja. Aber was ist denn eigentlich ein sozialer Raum? Ja, ein sozialer Raum. Ich habe mich da mal ein bisschen reingelesen. Es ist eigentlich ein Raum, in dem Menschen in Beziehung miteinander treten. Deswegen heißt es der sozialer Raum. So, und jetzt haben wir hier so etwas wie das Internet. Ja, und wir beide befinden uns ja räumlich an physisch getrennten Räumen. Also wegen Corona natürlich. Ansonsten wären wir jetzt wahrscheinlich zusammen im Studio. Jetzt sind wir aber in unterschiedlichen Räumen. Ja. Ist das auch ein Sozialraum? Ich würde natürlich sagen, ist das ein Sozialraum. Also die Frage, wie man jetzt Sozialraum definiert. Also ist das, ich sage mal, der geografische Aspekt, ist das ein wesentlicher Punkt beim Sozialraum? Weil der fällt ja, ich sage mal, im Raum Internet ja eigentlich erst mal weg. Genau, aber deswegen ist ja die Frage, was ist denn eigentlich ein Sozialraum? Ja, was ist denn eigentlich? Es gab mal in der Landeskirche, in der wir arbeiten, ein Buch für die Kirchenvorstände, in dem auch ein Kapitel über Sozialraumanalyse drin war. Und ich hatte damals angemerkt, man müsste eigentlich dort auch das Sozialraum Internet mit aufnehmen, weil die Menschen, die in einem physischen Gebiet wohnen, Kirchengemeinde oder auch, ich sage mal, rund um ein Bürgerhaus oder um eine Einrichtung, sich ja auch in einem digitalen Raum bewegen und da ja ein Stück weit auch Beziehungen eingehen. Ja, du bist ja jetzt Soziologe, von daher ist das ja alles kein themenfremdes Wording für dich. Aber was ist denn eigentlich Bestandteil, ich sage mal, von einer analogen Sozialraumanalyse? Dass wir doch mal wissen, worüber wir reden. Naja, stell dir mal vor, du arbeitest irgendwo in einem Dorf oder in einem Stadtteil oder in einer Stadt und bist zuständig für die Menschen, die dort sind. Beispielsweise als Unterstützungsangebot. Du machst Lernhilfe. Ja, Lernhilfe für die Menschen, die rund um die Einrichtung wohnen. Ja, dann wäre es ja interessant zu erfahren, was wohnen da eigentlich für Menschen? Habe ich hier eher mit Menschen zu tun, die, sag mal, vom formalen Bildungshintergrund her einen großen Bedarf haben? Beispielsweise Unterstützungsleistungen, in Anspruch zu nehmen? Oder bin ich in einem Gebiet, wo, ich sage jetzt mal, 80 Prozent Abitur haben und bürgerliche Oberschicht oder Mittelschicht gebildet? Dann muss ich mein Programm, das ich sozusagen anbiete, ja ändern. Das heißt, für diejenigen, die in einem Sozialraum professionell arbeiten, in welchem Bereich noch immer, ob das jetzt im Bildungssektor ist oder ob das in der sowas offene Jugendarbeit oder Sozialarbeit ist, die sollen sich und müssen sich in der Regel auch befassen mit dem physischen Raum, der sie umgibt. Ja, weil dann musst du ja deine Angebote entsprechend auch danach ausrichten. Wenn du in einem sozialen Raum, einem Ort wohnst, in dem, sag mal, viel Migrantinnen und Migranten sind, die möglicherweise einen Bedarf haben an sprachlichen Unterricht oder an sprachlichen Kontakten, dann wird man ein anderes Angebot machen als in einem gutbürgerlichen Viertel. Und das zu analysieren, in welchem physischen Raum mache ich meine Angebote, das nennt man Sozialraumanalyse. Ja, das können ja Wirtschaftsdaten sein, das können Altersgruppen sein, ja, in einem Ort, in dem es einen 15-Jährigen gibt und ansonsten wohnen dort Menschen über 40, ja, weil es eine Seniorenwohnsiedlung ist, alle Jungen sind abgewandert, es ist nur noch ein 14-Jähriger, da macht es ja keinen Sinn, sag mal, ein Angebot der Jugendarbeit zu eröffnen. Ja, und da, diese Orientierung an dem sozialen Raum und dessen, was da passiert, das nennt man Sozialraumanalyse, eine Abstimmung. So, und jetzt hat man ja aber, wie du richtig gesagt hast, in diesem Internet ja nicht wirklich so einen physischen Raum, sondern es ist ein digitaler Raum. Wenn man jetzt Bindungsangebote macht, muss man ja auch wissen, für wen macht man das dann? Genau, weil du sagtest ja vorhin, das ist ja Bestandteil der Sozialraumanalyse, auch zu schauen, okay, was für Leute ich dort habe, was für Leute ich dort erreiche, aber das ist ja online gesehen oder im Internet doch auch eine Perspektive, ich sage jetzt mal, meiner Blase, wo ich mich bewege oder ich sage mal von meinen, man könnte es natürlich jetzt auch ein bisschen provokanter sagen, von den Algorithmen, die bestimmen, mit welchen Personen ich im Internet auch zu tun habe und welche ich über soziale Netzwerke zum Beispiel auch sehe. Ja, oder sagen, ich möchte bestimmte Personen erreichen. Ja, und danach wirst du ja, wenn du jetzt so ein Angebot im Internet machst, wirst du ja dein Angebot, wenn du eine bestimmte Personengruppe im Visier hast, als Zielgruppe definierst, wirst du ja dein Angebot auch danach ausrichten. Das heißt, wenn ich jetzt alle Cosplayerinnen und Cosplayer in Deutschland ansprechen möchte mit einem Angebot, ja, dann wäre es blöd, einen Videokanal zu machen, der sich beschäftigt mit Tiefseefischen. Ja, das wäre, also ich würde meine Zielgruppe nicht erreichen. Ja, aber auf der anderen Seite kann ich das ja auch doch dann lokal begrenzen, wenn ich jetzt sage, ich habe diese Zielgruppe Senioren bei uns im Ort, verlagere dann aber auch nur die Inhalte ins Internet, anstelle dann eben ins Gemeindehaus. Genau, aber da auch wieder wichtig zu fragen, was braucht man, wenn man das sozusagen digital macht, was braucht man da? Also wenn ich mit Senioren arbeite, sage ich jetzt mal, ich bin eine Senioreninitiative in einem Stadtteil und meine Zielgruppe sind Seniorinnen und Senioren 55 plus oder 60 plus, ja, und ich kreiere mein räumliches Angebot in einem Stadtteil, ja, dann achte ich darauf, wie ist die Einrichtung, wie ist die Begehbarkeit, wer ist eine Ansprechperson, was für Themen biete ich an? Ja, wenn ich jetzt ein Angebot im Internet mache, muss ich mich ja mit den Fragen auch beschäftigen. Also erstens, wie erreiche ich denn meine Zielgruppe? Ja, bei einer physischen Einrichtung macht es ja, wie du vorhin gesagt hast, einen analogen Raum, machst du die Tür auf, schreibst Öffnungszeiten dran, machst einen Angebotszettel draußen im Schaukasten und machst, gibt es das vielleicht noch in die örtliche Presse und dann wissen, oder können die Leute wissen, da gibt es was, dann können die da hingehen. Aber im digitalen Raum hast du das ja erst mal nicht. Wie kriegst du dein Angebot zu den Leuten? Ja, aber kann ich nicht auch, ich sage mal, die Werbemittel ähnlich des analogen Raumes auch nutzen und dann sagen, okay, das Angebot findet jetzt eben nicht hinter der Tür statt, sondern eben online unter www.irgendwas.de? Ja, natürlich kannst du das machen. Du kannst beispielsweise Werbung schalten, ja, ein Beispiel bei dem Fratzenbuck, bei Facebook kannst du ja relativ genau sagen, in welchem Umkreis, welche Zielgruppe möchtest du ansprechen, ja, dann erreichst du diejenigen, die bei Facebook sich informieren oder sich über Facebook die Informationen kriegen. Du kannst es natürlich auch ganz klassisch machen mit Handzettel. Du kannst auch die Presse nutzen, aber du musst ja auf der anderen Seite auch wissen, ja, sind die Leute in der Lage, diesen Raum, diesen digitalen Raum aufzusuchen? Gibt es die technische Ausstattung? Wir hatten, wenn du dich erinnerst, in einer unserer Sprechstunden ja auch eine Kollegin, die Seniorenarbeit machte, die sagte, ich habe ja auch ganz viele Leute da, die nicht viel Geld haben, ja, die haben kein neues Smartphone oder kein Tablet zu Hause. Wie erreiche ich die denn? Ja, und da muss man sich eben beschäftigen mit der Frage, wie erreiche ich die eigentlich? Ja, und das sind so, das sind so Fragen, die gehören eben auch mit zur Analyse, zu einer Sozialraumanalyse. Welche Ausstattung haben eigentlich die Menschen, die ich erreichen will? Haben sie überhaupt die Ausstattung? Und da muss ich sie einfach leicht fragen. Also auch ein Bestandteil der Sozialraumanalyse im physischen Raum ist ja, dass du Befragungen machst oder es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Das musst du auch für deinen digitalen Raum machen. Die Frage, die sich so immer wieder an mich herangetragen wird, ist, ja, Herr Kronewald, inwieweit muss ich mich denn mit diesem Internet beschäftigen? Und ich sage, man muss sich damit nicht beschäftigen. Aber wenn man bestimmte Personengruppen erreichen möchte, also bei Corona merken wir das ja jetzt gerade ganz stark, dass eben es nicht mehr ausreicht, die Tür aufzumachen und einen Zettel dran zu machen, weil jetzt vielleicht gar niemand mehr kommt. aufgrund von Kontaktbeschränkungen und so weiter und so fort, dass man dann überlegen muss, wie kann ich das denn digital organisieren? Ja, ich meine, das ist halt auch eine Frage, inwieweit jetzt in den letzten Jahren durch Digitalisierung sich einfach auch Gewohnheiten von den Menschen und auch Lebenswelten auch verändert haben, dass sie dann eben gar nicht mehr die örtliche Presse lesen und vielleicht auch zu den Zeiten, wo die Tür auf ist, irgendwo an einem anderen Raum auch sind oder an einem anderen Ort sind und da gar nicht mehr hinkommen können, inwieweit man vielleicht gar nicht so diese Frage oder sich die Frage einfach anders stellen muss, nicht muss ich das Internet mit berücksichtigen, sondern in welcher Weise oder ist es Bestandteil genauso gleichwertig wie jetzt die analogen Szenarien? Naja, für mich wäre immer die Grundfrage, will ich das? Ich würde jemanden, der sagt, ich will gar nicht in dieses Internet, würde ich jetzt auch nicht empfehlen, machen Sie ein Angebot, sondern da würde ich eher sagen, machen Sie mal so einen Schnupperkurs, also einen Passivkurs, gucken Sie mal, was da ist. Ich habe mal ein Beispiel gemacht, also ich wohne ja in einer Stadt, in der gibt es ein Diakonie-Krankenhaus und dieses Diakonie-Krankenhaus hat im vergangenen Jahr, im Jahr davor eine Krippe aufgebaut im Eingangsbereich der Diakonie und diese Krippe wurde von den Schwesterschülerinnen und Schülern gestaltet und die haben das sehr modern gemacht mit Einkaufswagen und leeren Cola-Dosen und so weiter, haben also Themen aufgegriffen. Da gab es dann in der Facebook-Gruppe eine Diskussion über diese Krippe, über das, was die Pflegeschülerinnen und Schüler da gemacht haben. Ich fand die Diskussion sehr spannend, weil sie sehr viel auch über die Bevölkerung und über die Nutzerinnen von Facebook verraten, aber wer zum Beispiel gar nicht, sich gar nicht beteiligt hat, war die Landeskirche in dem Fall oder die örtliche Kirche, die hat sich überhaupt nicht beteiligt und da sage ich, das wäre doch für eine Organisation, die von sich sagt, wir sind für einen sozialen Raum da, wäre das doch ein fantastischer Punkt gewesen, sich zu positionieren, in Kontakt zu treten, zu kommunizieren. Okay. Woran denkst du, woran oder woran liegt das, dass die Landeskirche sich nicht beteiligt hat? Naja, es gibt Berührungsext. Es gibt oftmals, also mein, das, was mich sozusagen an mich herangetragen wird, ist oftmals die Angst davor, etwas heraufzubeschwören, was man dann nicht mehr bändigen kann. Also, dass man letztendlich einen Shitstorm, wie das so im Internet heißt, so einen Shitstorm abbekommt. Und ich glaube, diese Angst, diese Angst, die Kontrolle zu verlieren über das, was da in dem digitalen Raum passiert. Also beim Analogen können wir ja jemanden rausschmeißen. Ja, da ist jetzt jemand, der stört. Ja, und Ihre Meinung möchte ich hier gar nicht hören. Ich bitte Sie, den Raum zu verlassen. Ja, das können wir sozusagen vom Hausrecht Gebrauch machen. Das ist aber im digitalen Raum schwieriger. Nicht unmöglich, aber schwieriger. Heißt das, wir sind zu Kontroll fixiert oder fokussiert? Ja, in vielen Bereichen sind wir das, ja, würde ich sagen. Die Angst davor, dass das, was man in dem Sozialraum Internet macht, negative Auswirkungen hat. ist so groß, dass man sagt, dann lieber gar nicht. Aber kann denn nicht das gar nicht eine negativere Auswirkung sein, als dass man vielleicht was falsch macht? Ja, natürlich. Und letztendlich, du sagst, aufgefallen ist es dir jetzt ja nur, weil überhaupt keine Beteiligung kam. Nicht, weil eine negative Beteiligung kam, sondern weil gar keine kam. Und das war jetzt erst mal das negative Bild, was entstanden ist bei dir. Genau, das ist ja genau der Punkt, von dem ich sage, da ist eine verpasste Chance auch. Also wenn man den Anspruch hat, in die Öffentlichkeit zu wirken, für den Sozialraum da zu sein, dann sollte man sich da, nach meiner Abfassung, auch nicht raushalten. Die Frage ist immer, in welcher Form tut man das? Und ich habe zum Beispiel einer Kollegin geraten, bevor sie sich jetzt in den Sozialraum, in den physischen Raum begibt, mit einem, mit einem Internet auftritt, ja, oder sich über Instagram oder Facebook oder Twitter zu Dingen äußert, die den physischen Sozialraum betreffen, in dem sie arbeitet, ja, sollte sich zumindest darüber Gedanken machen, A, was gebe ich preis in diesem Sozialraum, also wo sind auch meine Grenzen? Und B, was sind meine Unterstützungsstrukturen, wenn mal wirklich was schiefläuft? Also ich äußere mich, ja, zu irgendwas und dann bekomme ich einen Shitstorm ab, ja, das wird ja immer wieder erlebt, dass das so passieren kann in diesem Raum, weil er eben ein Stück weit unkontrolliert ist, ja, was habe ich dann in der Hinterhand, um mich sozusagen dann auch A, beraten zu lassen oder auch gegenzusteuern? Ja, aber ich, 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 vielleicht ist das ja auch nur eine Sache der Wahrnehmung, weil letztendlich, wenn ich in einem analogen Raum bin und etwa, und ich sage mal, in diesem Raum 100 Leute sind, ich etwas sage, was nicht passt, dann löst das ja erst mal den gleichen Unmut bei den Leuten aus, als wenn ich in einer Facebook-Gruppe was veröffentliche, wo das auch, ich sage mal, 100 Leute lesen. Der Unterschied ist ja nur, dass, ich sage mal, im digitalen Raum die Leute wahrscheinlich eher geneigt sind, ihren Unmut zu äußern und den zu verbalisieren, also, ja, also schriftlich auch zu verbalisieren, dass ich eben auch sehe, den Unmut auch sehe, wie er auf mich zukommt. Oder denkst du, da ist ein Unterschied? Ich glaube, da ist ein Unterschied. Also gerade, wenn man offene Formate im Internet hat, also wir haben jetzt zum Beispiel hier über Zoom ein offenes Format, wo andere Leute sich einwählen können, heute wahrscheinlich nicht. Aber ich habe jetzt gerade gelesen, in Berlin gab es massive Störungen von Gottesdiensten, online abgehaltenen Veranstaltungen, die organisiert waren von Menschen, die mit der Haltung der Kirche zur Flüchtlingsfrage nicht einverstanden sind. Okay, wie sah die aus, die Störung? Das kann ich dir im Einzelnen nicht sagen, weil ich ja nicht dabei war und sozusagen nur die Schilderung können. Aber wenn man, ja, das wissen wir ja auch zumindestens, kann ich mich noch erinnern, aus meinen Anfängen der politischen Beteiligung, dass es so etwas gab wie Störungen im analogen Raum. Wir verabreden uns um eine Veranstaltung. Ich weiß, damals war es eine Veranstaltung in Rüsselsheim mit Helmut Kohl und wir haben uns verabredet, ungefähr 30, 40 Leute, dass wir in diese Veranstaltung reingehen und stören. Das hat aber für uns zur Folge gehabt, erstens, dass wir organisieren mussten, Anreise, Abreise, was tun, wenn, ja, Polizei oder sonst irgendwas, was, also wie gehen wir damit um? In so einem digitalen Raum, wenn der offen ist, kannst du einfach reingehen. Ja, vielleicht wirst du geschmissen. Das wäre sozusagen das Einfachste, zu sagen, ich banne jemanden aus einem Digitalraum. Aber in manchen Räumen kannst du das nicht. Ja. Und es ist keine große, es ist keine große Organisation mehr. Man kann sich verabreden, man muss nicht mehr anreisen, man kann, ein Klick reicht, um eine Veranstaltung zu stören. Ja, jein. Also, ich habe von diesen Störungen in den Gottesdiensten auch mitbekommen und ich weiß nicht, ob das diese waren oder andere Gottesdienste. Ich sage mal, und da war einfach das Problem einerseits, dass die Bildschirmfreigabe erlaubt war und auch die Annotation, also das, wenn vorne was freigegeben wurde, jeder das irgendwie kommentieren konnte und dann Hakenkreuze einfach auch mit reingemalt wurden und so weiter. Vielleicht war das auch ein anderer Gottesdienst. Aber das sind ja alles technische Geschichten, die kann ich als Veranstalter, kann ich das ja regulieren, kann ich ja auch deaktivieren. Das heißt, das ist ja einfach nur eine Sache der Einstellung. Und ich überlege jetzt einfach gerade mal, was du sagst, hat natürlich vollkommen, ist natürlich vollkommen richtig bei asynchronen Veranstaltungen. Das heißt, wenn, ich sage mal, in der Facebook-Gruppe, Social-Media-Gruppe die Leute einfach dazu schreiben können. Aber das ist ja keine Störung der Live-Veranstaltung. Ja, wenn du, ich sage mal, technische Vorkehrungen triffst, das ist ja im Falle beispielsweise bei Zoom möglich, dass du eben sagst, Bildschirmfreigabe beschränken. Ich kenne jetzt nicht alle Videosysteme, ob das bei allen Videosystemen möglich ist, das zu beschränken. Ja, aber dann muss ich aber ehrlich sagen, als Veranstalter muss ich mich da doch schlau machen, was die Systeme können. Ja. Und auch im Vorfeld, ich sage mal, auch überlegen, was mache ich dann eben, wenn jemand akustisch stört, das heißt, stumm schalten oder Freigabe deaktivieren oder wie auch immer. Also gehört das denn dann nicht zu der Vorbereitung? Ja, das ist ja die Frage, auf welche Störungen kann man sich vorbereiten und welche nicht. Also ich sage mal so, ich bin, ich glaube, nächste Woche am digitalen Stammtisch Rheinland-Pfalz, da geht es um Online-Shopping und ich könnte natürlich jetzt auch mich mit zehn anderen Leuten verabreden, meldet euch da auch an und wenn wir denn drinnen sind im Raum, weil wir ja angemeldet sind, über eine Fake-E-Mail-Adresse, das ist ja möglich, dann könnten wir tatsächlich in diese Veranstaltung reingehen und stören, so wie wir das analog auch könnten. Genau. Aber dass die Veranstalter sich sozusagen darüber schon im Vorfeld Gedanken machen, was könnte, was wäre, wenn, ja, das ist ja nicht, ich sage mal, gegeben, sondern du sagst, ich habe hier ein bestimmtes Setting und gehe erst mal von das Gute im Menschen aus und dass die Leute, die sich anmelden zu einer Veranstaltung, auch alle ganz nett sind und ein inhaltliches Interesse daran haben, aber sich nicht zu einer Veranstaltung anmelden, um zu stören. Ja, aber weiß ich nicht, ob man das voraussetzen kann, aber ich sage mal, wenn ich eine analoge Veranstaltung habe, je nachdem, in was für einem Stadtviertel ich bin, dann weiß ich ja auch, wenn die Teilnehmer da sind, dass ich die Haustür zum Beispiel abschließe, weil dann vorne keiner mehr ist, dass niemand, der da nichts zu suchen hat in dem Haus, dann irgendwie reinkommt und oder die Veranstaltung stört. Oder ich weiß, wie man eine Tür zumacht oder ich weiß auch, wie man ein Fenster zumacht, dass einfach Störungen von außen, ich sage mal, unterbunden werden und ich weiß auch, wie ich mit Störungen von innen, ich sage mal, umgehe, weil ich das in meiner Ausbildung ja gelernt habe, durch TZI oder wie auch immer. So, und bei einer digitalen Veranstaltung, das ist ja erstmal auf ein Minimum, finde ich, reduziert, dass man weiß, okay, Stummschaltung ist ein wichtiges Moderatorenwerkzeug und wie ich Leute auch rauswerfen kann und wenn es eine Bildschirmfreigabe gibt, eben diese. Also ich finde, das ist gar nicht so umfänglich. Das ist natürlich für jemanden, der das zum ersten Mal macht, erstmal viel, das ist ganz klar. Das ist auch für jemanden, der eine analoge Veranstaltung das erste Mal moderiert, auch erstmal eine Herausforderung, mit Störungen im Raum umzugehen. Deswegen bieten wir ja auch TZI-Fortbildung an oder auch andere Kommunikationsfortbildung auch an. Aber ich finde, das ist einfach machbar und das kann man auch einschätzen. Ja, grundsätzlich hast du recht, nur es setzt ja voraus, dass diejenigen, die in so eine verantwortliche Rolle kommen als Veranstalter, ich sag mal, so professionell sind, dass sie all das nicht nur im Kopf haben, sondern auch beherrschen. Ja. Das ist eine Voraussetzung, die kann ich aber auf die Fläche oder auf die Breite nicht als gegeben voraussetzen. Nein. Wenn ich da, ich hatte letztens in einer Veranstaltung, und das wusste ich von vornherein, ich hatte einen Landtagsabgeordneten der AfD in einer Veranstaltung. Ja, ich weiß ja nicht, wird er stören, wird er rummachen, also wird er, wie wird er sein? Nein, das weiß ich nicht. Ich kann aufgrund meiner Professionalität damit umgehen, wenn jemand eine andere Meinung hat. Ich kann auch von meinem Hausrecht Gebrauch machen, im Notfall, also wenn es gar nicht um Debatten geht, sondern um Störungen geht. Aber viele haben diese Haltung ja erst mal nicht. Also die Kollegin, die jetzt, ich sag mal, für ihren Seniorenkreis oder für Seniorinnen und Senioren aus dem Stadtteil, die wird die digitale Tür erst mal gar nicht zuschließen. Ja, das ist natürlich richtig. Aber letztendlich, wir reden ja auch um die Unterschiede von den Sozialräumen, die einzelnen Sozialräumen, finde ich, da gibt es relativ wenig Unterschiede zwischen dem analogen und dem digitalen Umgang mit Störungen. Weil du sagst selber, du kannst in deiner Rolle aus deiner Professionalität dann heraussehen, ist das ein inhaltlicher Beitrag, ist das eine reine Provokation und du kannst die Störung im Prinzip auch auf den Inhalt fokussieren, also auf eine Sachebene und bist Profi genug, um dich emotional nicht angegriffen zu fühlen. So, das ist bei jeder Veranstaltung, bei jeder Moderation ist das erstmal eine große Anforderung, Herausforderung für die Organisatorinnen und Organisatoren. Deswegen gibt es da ja auch Fortbildung, Ausbildung, Weiterbildung in allen möglichen Richtlinien. Also ich sehe da nicht viel Unterschied zu dem Umgang mit großen, offenen Veranstaltungen. Also wir dürfen jetzt natürlich nicht Seniorenkreis irgendwie in Kleinwinternheim mit zehn Personen mit einer offenen Online-Veranstaltung für 500 Personen jetzt vergleichen. Also man muss natürlich auch die Settings auch ein bisschen ähnlich haben, die Vergleiche ziehen zu können. Ja, das meine ich ja auch. Also man muss wirklich schauen, wer ist sozusagen in der Verantwortung als Veranstalter. Aber da würde ich jetzt dabei bleiben, es ist leichter, eine digitale Veranstaltung zu stören, weil es weniger Vorarbeit erfordert. Ja, vielleicht ist die Hemdstelle einfach auch niedriger, weil ich meine nicht zur Not, ich kann einen anderen Namen angeben, meine Kamera ausmachen oder mir hier übersuchen, so eine lustige Atemmaske, Mundschutz aufsehen, dass ich nicht zu erkennen bin. Klar, die Anonymität oder die vermeintliche Anonymität ist natürlich wahrscheinlich auch verlochen da. Gut, also da gebe ich dir dann recht und wollen da ja auch nicht ausschweigen. Naja, aber es ist ja immer wieder eine Diskussion, also wo sind sozusagen, ja, es kam gerade wieder die neue Studie raus mit Cybermobbing. Klar, dieses Internet gibt es, und das finde ich positiv, also persönlich finde ich das positiv, es ist niedrigschwelliger, was Beteiligung angeht. Ja, natürlich. Aber niedrigschwelliger Beteiligung heißt auch niedrigschwelliger bei Störungsversuchen, die organisiert sind. Ja, vielleicht muss man auch nicht immer nur sehen zwischen, ich sag mal, positiver Beteiligung und Störung. Also ich meine, es kann für viele schon zur Herausforderung sein, wenn es eine Beteiligung in Form von, ich habe eine andere Meinung gibt. Also ich erlebe zum Beispiel auch ganz oft, dass allein viele Menschen mit anderer Meinung, dass das dann schon als Shitstorm oder als negativen Welle dann einfach auch wahrgenommen wird. Vielleicht ist das einfach nur ein kommunikativer Skill, ein ganz analoger, an dem gearbeitet werden muss. Sehe ich bei mir ja auch genauso. Ja, es ist ja auch eine Auffassungsgabe. Ich habe mal eine Diskussion gehabt mit einer Professorin, die sich aufgeregt hat über einen Post auf Facebook, in dem jemand geschrieben hat, ach, mit Frauen in dem Beruf, das ist doch alles Quatsch. Und Frauen gehören an den Herd, Tür zu, Schlüssel weg und Feierabend. Ich habe gesagt, naja gut, das ist halt eine andere Meinung. Es ist nicht meine, aber es ist eine andere Meinung. Und die Kollegin hat gesagt, naja, aber das ist keine Meinung. Das ist ja keine Meinung, sondern das ist tatsächlich schon strafbar. Ja, und dann ging es in dieser Gruppe um darüber, was ist sozusagen eine, was ist eine andere Meinung, ja? Und wo hat man es nicht mehr mit einer Meinung zu tun, sondern wo hat man es tatsächlich mit einer provokanten Störung zu tun? Das stimmt natürlich. Ich meine, es gibt ja auch den völlig richtigen Spruch, Hass ist keine Meinung. Und das merkt man ja auch bei der rechten Szene und das verbirgt sich ja auch unter dieser Floskel, das wird man ja wohl nochmal sagen dürfen, dass man eben, ich sage mal, Fremdenfeindlichkeit oder auch Antisemitismus, wie auch immer, versucht unter die freie Meinungsäußerung einfach aufzupacken. Also das ist ein hochsensibles Thema. Ich finde, das ist aber auch trotzdem drüber zu reden, weil letztendlich zu dieser Punkt, das wird man ja nochmal sagen dürfen, also es bauen sich ja gefühlt schon sehr, sehr viele Schranken auf, wo man sich die Frage stellt, kann ich jetzt dazu noch was sagen? Bis wann ist es denn jetzt noch eine Meinung? Ab wann ist es diskriminierend? Ich erlebe sehr, sehr viel, also über Twitter zum Beispiel habe ich auch irgendwie so eine große theologische Bubble abbekommen und da war mal ein Zeitraum sehr prägnant von feministischer Theologie die Rede oder es war von feministischer Theologie geprägt. Und ich hatte einmal im Nachblick wirklich den Fehler gemacht, meine Meinung wirklich zu schreiben und musste mir dann einfach auch anhören, dass ich als Mann da ja auch nichts zu sagen habe in diesem Bereich. Allein durch mein Geschlecht wurde mir ja schon das Recht der Teilhabe und des Mitredens abgesprochen im Sinne der Gleichberechtigung und des Feminismus. Und das finde ich ist einfach auch ein ganz heikles Thema, also inwieweit ich sage mal Meinungen wirklich dann auch Meinungen sind oder dann auch in den Bereich der Diskriminierung oder des Hasses reingehen. Aber das Gespräch wollte ich jetzt ja auch gar nicht führen, sondern es ging mir ja auch eigentlich nur so um die Beobachtung, wie du vorhin auch schon gesagt hast, dass viele sich einfach mit anderen Meinungen einfach auch schwer tun, vor allen Dingen, wenn die in einer höheren Frequenz dann auch sichtbar werden. Ja, naja, gerade so, ich sage mal, organisierte Meinungsmache. Ich hatte mal eine Veranstaltung mit dem Kollegen, der bei dem Fernsehsender Phoenix in dem Social Media Team dafür verantwortlich ist, die Kommentare unter die Beiträge daraufhin zu überprüfen, ob sie, sag mal, noch als Meinung gelten oder nicht. Ja, weil es ja nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ja, die Betreiber solcher Möglichkeiten der Interaktion auch ein Stück weit dafür, sag mal, verantwortlich sind, was auf ihren Plattformen geschieht, zumindest bei einer gewissen Größe. Und der Kollege, der hat mir erzählt, dass es tatsächlich so ist, dass wenn sie einen Beitrag gemacht haben, der in Augen von einer bestimmten Personengruppe fui ist, dass die sich verabreden und dann die Beiträge, die Kommentare zu dem Beitrag nachts zwischen zwei und vier Uhr absetzen. Ja, damit, ja, und da, er hat gesprochen von bis zu 6000 Beiträgen in einer Nacht, also an Kommentaren organisiert, ja, sag mal, einen Beitrag, wo es um Migration ginge und dann einfach nur scheiß Migranten und bla 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 und, ja, 6000 Beiträge zwischen zwei Uhr nachts und vier Uhr nachts abgesetzt worden sind, also tatsächlich organisiert, wahrscheinlich über einen Computer organisiert, würde ich mal behaupten, ja, und dann die Redaktion oder die Verantwortlichen den ganzen Morgen, weil die nicht morgens um vier Uhr gearbeitet haben, sondern erst morgens um acht kamen, die ganze Zeit, die ganzen Arbeitstag damit verbracht haben, wieder diese Dinger rauszulöschen. Ja, sicher. Weil das ist ja, wenn man das umrechnet, 50 Beiträge pro Minute, also fast jede Sekunde neuer Beitrag. Und, ja, ich glaube, das ist ja nochmal eine ganz andere Dimension, wo man dann ja auch wirklich von Shitstorm dann ja auch spricht, ich sag mal, als wenn jetzt drei, vier, fünf Kommentare mit einer anderen Ansicht dann auch reinkommen. Genau. Ja, Shitstorm schon im Sinne von organisiert. Genau. Also es gibt eine organisierte Attacke. Das gibt es, klar. Dass jemand eine andere Meinung hat, das ist ja normal. Ich kann auch damit umgehen, wenn jemand etwas schreibt, was ich nicht unbedingt als Meinung durchgehen lassen würde, ja. Aber die Frage ist sozusagen wirklich, wie groß ist denn die Wirkmacht von etwas, ja. Und ob das jetzt eins, zwei oder drei sind, die, ja, wir merken es ja manchmal in der Facebook-Gruppe Bad Kreuznacht, dass es manchmal auch Anfeindungen gibt, ja. Ich halte immer sehr viel von Selbstregulation, also vieles reguliert sich auch. Selbst, indem dann andere wieder sagen, sie sehe ich anders, damit kann ich sehr gut leben, ja. Aber in dem Augenblick, wo es sozusagen organisiert, ein organisiertes Auftreten gibt, da bin ich dann schon der Meinung, da muss man auch schauen, wie reagiert man da drauf. Und ich weiß es zumindest von einer Partei, dass die so einen Shitstorm-Warnmechanismus haben. Also wenn da auf Seiten der Partei einen Shitstorm entgegen gibt, dann haben die ein Netzwerk von Menschen, die dann unterstützend wirken. Einfach um eine Gegenmeinung, eine Gegenposition dann auch aufzubauen. Und sowas finde ich dann auch gut, auch für den Sozialraum Internet zu sagen, wenn ich mich da bewege als Organisation, ob das jetzt die Kirche ist oder ob das irgendein Verband ist und sage, wir wollen da uns auch beteiligen, dass man sagt, man muss da auch mal, ich sage, so wie du auch sagst, also ein paar Kompetenzen erworben haben, bevor man das macht. Ja. Ich meine, klar, so diese Initiativen, wie jetzt auch ich bin hier oder wie auch immer, die gibt es ja, die sind auch sehr gut. Ich möchte den Fokus jetzt aber doch mal so auf das Thema deines Sozialraumes Internet noch mal so ein bisschen zurückführen, weil das alles, worüber wir jetzt gesprochen haben, lässt ja anmuten, dass dies ein sehr anforderungsreicher Raum ist, wenn man kompetent oder auch, ich sage mal, möglichst sicher, wie man immer so schön sagt, sich da drin bewegen will und den berücksichtigen will. Ist es da nicht verständlich, weil du sagst ja auch, jemand, der sagt, ich will im Internet eigentlich mich nicht bewegen, dass man den auch nicht zwingen sollte. Wo ist denn so dieses, oder wie weit geht denn dieses Spagat zwischen nicht wollen und doch eigentlich müssen, aber sich dann doch mit so einer negativen Einschätzung oder negativen, mit einem negativen Image dann auch auseinanderzusetzen? Oder ist das nicht so schlimm? Naja, die erste Frage, die ich ja stellen würde, ist, also warum nicht wollen? Warum nicht wollen? Wenn man in der Funktion ist oder wenn man in einer Rolle ist, die auf einen physischen oder auf die Arbeit mit Menschen in einem physischen Raum abgestellt ist. Ich nehme jetzt mal einen Gemeindepfarrer oder eine Gemeindepfarrerin. Der sagt, ich habe da einen physischen Raum um mich herum und ich habe einen Auftrag, einen dienstlichen Auftrag, mit den Menschen auch in Kontakt zu treten, auch bereitzustehen für Seelsorge, für Beratung, für Unterstützungsleistung. Ja, dann sage ich, was hindert dich daran, sozusagen zu erkennen, dass die Menschen, die in deinem physischen Raum sind, sich auch in einem digitalen Raum bewegen? Beispielsweise in so einer Facebook-Gruppe des Ortes. Ja, ich glaube, das ist so gar nicht das Problem, weil du sagst jetzt, was hindert dich daran zu erkennen? Was ist denn, wenn das schon erkannt wird, aber einfach die Auffassung da ist, dass so diese richtigen Gespräche und die Beratung, auch die Seelsorge, dass das vor Ort, also physisch stattfindet und eben nicht digital? Weil du weißt schon so, das mit dem Anfassen und Gegenüber. Ja, ich kann das ja nachvollziehen. Also ich kann das ja sehr gut nachvollziehen, weil mir gefällt es auch besser, mich mit dir physisch in einem Raum zu unterhalten und dann können wir mal die Kaffeetassen anstoßen. Weil wir dann frühstücken können, ja. Weil wir zum Beispiel frühstücken, finde ich auch besser. Auf der anderen Seite erlebe ich ja, dass ich damit auch nur die Menschen erreiche, die physisch mit mir Kontakt suchen. Es gibt aber auch Menschen, die suchen diesen physischen Kontakt gar nicht. Ja, oder können Sie ihn gar nicht aufnehmen. Ich war mal in einer Kirchengemeinde als Referent, als es um die Corona-App ging und in diese online stattfindende Abendveranstaltung kam eine über 80-jährige Frau, die diese Gemeinde noch niemals gesehen hat. Die Pfarrerin und der Pfarrer kannten diese Frau nicht und haben festgestellt, dieser Raum ermöglicht es uns auch Menschen, mit Menschen in Kontakt zu treten, die sonst physisch mit uns keinen Kontakt haben, weil sie beispielsweise gehbehindert sind und gar nicht kommen können oder weil sie sagen, das ist nicht so mein Ding mit dem Persönlichen dahingehen. Und trotzdem gibt es ja die Möglichkeit zu sagen, und da sind ja auch bestimmte Angebote etabliert, also Telefonseelsorge beispielsweise, das ist ja auch nur medial vermittelt. Richtig. Selbst die Möglichkeiten, die man hat, über Videokonferenz Seelsorge zu machen, das geht ja auch. Also da sieht man sich sogar noch. Bei Telefonseelsorge sieht man sich noch nicht mal und hat sozusagen ja nochmal ein eingeschränkteres miteinander. Aber mich würde dann wirklich auch die Frage interessieren, was ist sozusagen der Hemmschuh? Und der Hemmschuh, der kann ja, und das erlebe ich oftmals, das, was du vorhin auch gesagt hast, auch ein Stück weit die Angst vor dem sein, was da technisch auf einen zukommt. Wie mache ich das denn alles? Da sind so viele Knöpfe und so viel. Also, ja, wie mache ich das dann? Wo ich sage, na gut, wenn es daran liegt, ja, das kann man ja, wenn man das will, lernen. Also wir sind ja auch alle lernfähig, zumindest die meisten, hoffe ich zumindest. Ja, du, mit Zoom habe ich auch noch nicht im Studium gearbeitet. Warum nicht? Frag ich mich jetzt auch. Nein, aber letztendlich ist es ja so, wir, wir, und ich meine, das haben wir ja in unserem Studium, in unserer Ausbildung auch gemacht, uns in notwendige Mechanismen, Techniken und auch Methodiken auch eingearbeitet. Also auch sowas wie eben Gesprächsführung, Kommunikation, Seelsorgeberage, das macht man ja nicht so aus dem Handgelenk. Da wurden die Handwerkzeuge dazu ja auch gelernt. Und jetzt mit dem digitalen Sozialraum und mit dem Digitalraum kommen halt einfach neue Räume dazu, die nochmal neue Handwerkzeuge einfach auch erfordern. Und ich finde, das kann man genauso, also vieles ist ja auch übertragbar und, oder zumindest vergleichbar. Und ich glaube, da kann man auch sehr, sehr viel sich selber aneignen. Ja, das glaube ich. Aber Voraussetzung für das aneignen können, ist ja das aneignen wollen. Das wollen, richtig. Und ich sage, jemand, der nicht will, ja, da würde ich auch eher sagen, gut, dann halte dich mal zurück. Also vielleicht einfach mal wirklich eine, ich würde es nennen, wertschätzende Erkundung. Ja, dann erkunde mal diesen Raum. Ist ja bei allen anderen Sachen auch so. Ich meine, wenn man das strikt nicht will, dann sollte man das auch nicht machen. Also jemanden, der Angst vor Kindern hat, sollte auch kein Lehrer werden. Also von daher, das ist ja, ja. Verdammt, genau. Vielleicht sollte man vor dem achten Semester sagen, dass man da mit Kindern zu tun hat. Ja, ich sage mal, solange die Macht, die Rolle, die man hat, eine machtvolle ist, kann man sich ja da auch entsprechend schützen. Ich sage ja nicht unbedingt, dass es Spaß machen muss. Richtig, das stimmt. Aber ich hatte so einen Lehrer, der lebte davon, seine Schülerinnen und Schüler zu drangsalieren. Ja, gut, das war damals noch eine andere Zeit. Also wenn ich, ich meine, ich fühle mich jetzt auch noch nicht so zum alten Eisen zugehörig wie andere Gesprächspartner in diesem Talk. Da liegen ja auch noch mal fast 20 Jahre zwischen uns. Aber auch zu meiner Schulzeit war es ja auch noch normal, dass mal ein Schlüsselbund durch die Klasse geflogen ist oder man auch noch mal körperlich den Lehrer erleben durfte. Ja. Jetzt frage ich dich mal, Tobias, du hast ja Kinder, die zur Schule gehen. Ja. Und jetzt haben wir Corona seit März. Ja. Wir sind bis heute nicht in der Lage, ein entsprechendes, gut durchdachtes, digitales Lernkonzept auf die Beine zu stellen. Ja. Das ist doch, also ich frage mich, ich frage mich und da frage ich mich wirklich, wo ist es sozusagen, liegt es an den mangelnden Kompetenzen oder liegt es am mangelnden Willen? Ich habe oftmals den Eindruck, das liegt auch ein Stück weit an dem Willen. Teils, teils. Also zum einen, also ich glaube so, der große Hemmschuh, der sitzt in den Ministerien. Also das sind gar nicht mal die Lehrer selbst, weil viele Lehrer, die, ich sage mal, reißen sich wirklich den Allerwertesten gerade auf. Und es ist halt, es entsteht einfach viel Arbeit, wenn man irgendwie ineffizient arbeitet. Und wenn man viele Vorgänge einfach doppelt, dreifach machen muss. Und es sind einfach für viele Schulen nicht die Gegebenheiten da, effizient zu arbeiten. Also ich meine, der Bildungsbereich, der wurde Jahrzehnte vernachlässigt. Es fehlt an Infrastruktur. Es fehlt an Geräten, an Material, an Ausstattung. Und ein Bekannter hat jetzt letztens erst mal ausgerechnet, es wird immer so schön gefordert, mit präsent oder mit geteiltem Unterricht. Auch in Hessen sind Lehrer angehalten, wenn Schüler krank sind, dass dann eben ein gleichwertiger digitaler Unterricht auch in Form von einem Stream oder sowas angeboten wird. Das sind so die Vorgaben vom Ministerium. Und der hat dann einfach mal vorgerechnet, bei einer Schule von ein paar tausend Schülern und wie viel x Klassen, was man eigentlich für Ressourcen bräuchte, wenn jeder Unterricht live über eine Webcam mit Video und Audio gestreamt werden würde. Das wäre technisch gar nicht umsetzbar. Und da fehlt es eigentlich nicht an Technik, sondern es fehlt auch an Methodiken oder an Konzepten, in inhaltlichen Konzepten, dass zum Beispiel immer noch gedacht wird, geteilter Unterricht bedeutet, dass die Schüler von morgens von 8 bis 13 Uhr zu Hause vor dem Computer sitzen und sich einen Livestream angucken. Warum kann man nicht schauen, zum Beispiel neue Formen von Unterricht, irgendwie Projektarbeit, selbst eingeteilte Arbeit in Teams, die sind für eine Woche für was verantwortlich und können was machen. Jedenfalls, es ist ein Thema, da können wir stundenlang überreden. Ja, aber weißt du, das ist doch genau das, wo ich denke, ja, jetzt haben wir einen Sozialraum Schule. Ja, natürlich. Aber Sozialraum Schule, ganz analog. So, und jetzt, wie kriege ich den sozusagen digitalisiert? Was kann ich da tun? Und da tut sich, das ist so ein bisschen meine, also auch mein wütender Blick da drauf, da tut sich nichts. Nee, weil ich finde, das ist ein Bereich, da muss es klare, strikte Vorgaben auch geben und auch Anweisungen. Ich meine, Lehrerinnen sind in der Regel verbeamtet und da muss es auch, also nicht alle, aber da muss es auch ganz klare Vorgaben geben. So ist das zu machen. Und es kann nicht sein, dass jeder Lehrer, jede Lehrerin sich irgendwie ihr eigenes Süppchen kochen muss und, ich sage mal, einen eigenen Dienst suchen, erst mal recherchieren muss, was kann ich denn da überhaupt nutzen? Und dann nutze ich vielleicht ein Padlet und dann nutze ich vielleicht auch Zoom, weil es irgendwie technisch funktioniert. Und dann beschwert sich irgendwie ein Elternteil, ja, aber der Datenschutz. Und dann gehen alle zu Microsoft und nutzen Teams. Da kann ich dann auch nur den Kopf schütteln. In Berlin zum Beispiel. Datenschutz. Genau, ja, richtig. Also ich kann nicht verstehen, dass man wegen Datenschutz einen Dienst nicht nutzt und dann Microsoft. Aber auch wieder ein anderes Thema. In Berlin zum Beispiel, da hat ein Direktor, das habe ich jetzt letztens gelesen, der hat die Konsequenz gezogen. Also die haben zuerst ein Konzept entwickelt, die haben mit Padlet gearbeitet, die haben auch mit Teams oder mit Zoom gearbeitet und dann haben die irgendwie vergessen, sich von den Eltern noch mal eine Einwilligung über Padlet einzuholen. Also es hat grundsätzlich funktioniert, aber es war dann natürlich einer da, der sich dann bei der Sendatoren- oder Datenschutzbeauftragten dann beschwert hat. Dann gab es von der Stelle oben rüber vom Ministerium dann einen offiziellen Verweis dafür, eine Abmahnung, bis dann irgendwann die Schule gesagt hat, okay, solange wir hier keine Vorgaben kriegen, solange wir hier keine Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen haben, stellen wir digitalen Unterricht komplett ein. Wir drucken alles aus und die Eltern müssen morgens herkommen und das abholen, das Material und dann wieder bringen. Und das ist, finde ich, ja, ich finde es eigentlich gar nicht so verkehrt. Vielleicht sollten einfach, nee, vielleicht sollten die Schulen jetzt einfach mal streiken, die Lehre, bis es wirklich, wenn sie es dürften. Ja, ich weiß, Beamte, Beamte dürfen ja gar nicht streichen, davon mal abgesehen. Aber bis sich auf der Seite der Ministerien einfach mal was tut. Und ich finde einfach, allein die Tatsache zwischen März und jetzt, die Erkenntnis oder das Ergebnis der Taskforce der Ministerialen lüften und Maske tragen, das ist ein Hohn, das ist ein blanker Hohn, mehr ist das nicht. Das ist Hinhaltetaktik, das ist Verweigerungstaktik. Ja, dann wird gesagt, Schulen werden bis zum Schluss aufgelassen, werden nicht geschlossen. Natürlich nur, dass die Wirtschaft funktioniert und damit angeblich die Eltern entlastet sind. Und dann bringen die ins Gespräch früher Ferien. Was ist denn bitteschön der Unterschied zwischen Schulzumachen und früher Ferien? Also in beiden Fällen muss ich als arbeitendes Elternteil doch gucken, dass ich die Kinder betreue. Also das ist wirklich ein blanker Hohn und mehr fällt mir dazu nicht ein. Ja, es ist unter uns. Genau. Ohne diesen sozialen Hohn. Ja, das ist mir natürlich auch aufgefallen. Also diese frühere Ferienregelung, aber wir machen die Schulen nicht zu. Und diese, ich sag mal, nach außen vorgetragene Argumentation, wir machen das ja, um die Schülerinnen und Schüler zu schützen vor der ganzen Konflikten, die es da jetzt in den Familien gibt und Gewalt gegen Frauen und Kinder, die es zugenommen hat. Ein bisschen vorgeschobene Gründe, glaube ich. Ich glaube letztendlich, und das stelle ich immer, also meine Wahrnehmung. Es ist, ich sag mal, durchhalten, durchhalten, durchhalten. Es wird auch schon wieder irgendwann. Wir hoffen bald. Jetzt hoffen sie für den 10. Januar. Aber was man vernachlässigt, ist sozusagen, sich auch mal wirklich Gedanken darüber hinaus zu machen. Also ich meine, alleine die Berechnung, wenn wir jeden Tag ab 1. Januar nächsten Jahres 100.000 Menschen pro Tag impfen könnten und Impfung sozusagen der Schutz wäre, bei 80 Millionen Einwohnerinnen und 100.000 pro Tag. Kannst du dir vorstellen, wie lange es dauert, bis so etwas, was die Virologen ja Herdenimmunität nennen, so 70 Prozent durchgeimpft sind, da ist wieder ein Jahr vergangen. Richtig. Dann ist ja noch die Frage offen, wie lange wirkt der Windstoff, der Impfstoff? Ja, und solange es ja immer wieder Fälle gibt, dass sich Leute ein zweites oder auch ein drittes Mal mit Covid infizieren, heißt das ja gar nicht, dass nach dem Impfstoff Ruhe ist. Das sind nochmal die ganz anderen Fragen. Ich bin ja jetzt ein bisschen froh, also unter uns, dass sozusagen andere jetzt erst mal testen. Also man hat jetzt mit England ein ganz großes Testlabor. Richtig. Und was ich auch noch wichtig finden würde, dass es eben nicht nur Impfstoff mit Mikrochips von Microsoft gibt. Also ich möchte auch gerne mit Mikrochips von Apple zum Beispiel geimpft werden, weil ich die viel effizienter finde und cooler. Also ich fände es ja viel angenehmer, so Nearfield-Communication-Chips implantieren. So ein NFT, das ist auch nicht schlecht. So ein NFT. Erst die Einfahrt hoch geht die Haustür auf. Ich habe mir jetzt zehn Stück bestellt, also programmierbare. Und da werde ich, ich darf das ja jetzt hier nicht öffentlich sagen, dann werde ich Märchen besprechen und werde den zuständigen Enkelkindern auf ihren Tablets, die sie zur Verfügung haben, dann die Geschichten drauf machen, sodass, wenn sie mit ihrem Tablet an den Chip kommen, ihnen eine Geschichte erzählt wird. Kreativer Medienoper, das ist ja super. Ja, ich habe da echt Bock drauf. Klasse. Ich habe das nämlich gelesen auf der Seite vom Medienpädagogik-Praxisblog. Da habe ich gedacht, ach guck mal, das ist doch mal eine Idee für Weihnachten. Das stimmt. Ja. Sehr schön. Michael, wir sind schon wieder am Ende. 60 Minuten, die gehen so schnell rum. Ja. Ja, ja. Könnten kaum schneller vorbeigehen. Und wir könnten noch ein bisschen schimpfen. Ja, schimpfen ist immer gut. Irgendwie. Stundenlang. Dann machen wir die Aufzeichnung aus. Gut, Michi, ich danke dir für das tolle Gespräch. Das nächste Mal gerne mal wieder mit Kaffee, beziehungsweise so diesen Gedankenflimmern haben wir jetzt ja gar nicht mehr. Wir unterhalten uns im nächsten Jahr über Bildungsformate in einem ganz anderen Format, Fragen und Antworten, wo Gäste einfach auch mit ihren Alltagsfragen zum Thema digitale Bildung oder digitale Formate generell mit dazukommen können. Und ja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Wir experimentieren ja auch noch mit neuen Formaten. Da muss man einfach mal ausprobieren, was so möglich machbar ist. Genau. Und ich habe mir auch fürs nächste Jahr, weil es dieses Jahr ja tatsächlich Corona-bedingt und arbeitszeitbedingt bei mir eine Verschiebung gegeben hat. Ich habe ja dann eher so praxisorientiert gearbeitet und weniger theoretisch. Ja, also, dass ich heute Morgen auch meinem Vorgesetzten gesagt habe, ich werde auch für das nächste Jahr wieder eher mir auch sozusagen anschauen, was in der Gesellschaft passiert und das mit einem theoretischen Blick auch nochmal beleuchten. Und dann habe ich auch vor, den Blog wieder mit Artikeln zu befüllen, was ich ja dieses Jahr gar nicht geschafft habe. Ja, so ist es mit der Zeit. Aber da muss man zu sagen, du hast ja auch noch die Stelle reduziert. Von daher war es ja kein schlechtes Zeitmanagement, sondern einfach der Umfang ist geringer geworden. Ja, und auch gerade wirklich die Arbeitsverschiebung. Richtig. Also sich theoretisch über irgendwelche Sachen Gedanken zu machen, ist ja das eine. Aber in einer Zeit, in der Praxis gefragt wird, wie mache ich dieses, wie mache ich das? Herr Grunewald, wie mache ich denn das, das, was wir am Anfang hatten, welche Kompetenzen brauchen wir eigentlich, um uns denn der digitalen Zusammenarbeit auch zu widmen oder digitalisiert gestützte Zusammenarbeit, ja auch jetzt einfach eine ganz wichtige Zeit war und auch nächstes Jahr noch sein wird. Gut, in diesem Sinne. Ja, Tobias. Herzlichen Dank für das Gespräch, Michael. Vielen Dank, ja. Und auch den Zuschauerinnen und Zuschauern. Alles Gute, eine besinnliche Weihnachtszeit. Das darf man jetzt ja auch schon wünschen. Wir sind ja schon über den ersten Advent hinaus. Und eine schöne Adventszeit. Alles Gute. Und vielleicht sehen wir uns dann im... Vor allen Dingen gesund bleiben. Ja, das sowieso. Aber sehen wir uns dann im kommenden Jahr bei der einen oder anderen Veranstaltung. Ja. Bis dahin alles Gute. Machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Schäge.